Der DFB, wer immer das ist, ist gut beraten, im Moment Eitelkeiten und ähnlichen Schwachsinn schön mal hintanzustellen. Denn das, was sie zuletzt abgeliefert haben, also wirklich am Stück, in Katar die Begleitung dieser Nationalmannschaft, diese Mannschaft alleinlassen sportlich und drumherum sie zu überfrachten mit anderen Dingen. Dann kürzlich Watzke ist Vizepräsident. Ein Tag vor einem Spiel, wo es wirklich um den Bundestrainer geht, muss ich mir hier anhören, dass das ganze Jugendkonzept für das, ich weiß nicht, der Vizepräsident hat ja nie was davon gehört, das ganze Konzept ist Schwachsinn und wirklich unterirdisch und muss weg und muss völlig anders gemacht werden. Das ist jetzt ein Thema gerade. Und die Besetzung mit Hansi Flick ist schief gegangen. Also der DFB ist gut beraten, alle oder alle die DFBs mal tief Luft zu holen.